willkommen auf meinem youtube-kanal wo könnte das wohl sein wo gibt es einen solchen tollen ausblick aus dem ferienhaus dieses mal waren wir wieder in litauen in cemaitis nationalpark am see bergoras wir hatten ein komfortables und gastfreundliches ferienhaus ressort im litauischen stil gemietet wer sich erholen will ruhe und entspannte atmosphäre sucht ist hier genau richtig im pastewokus ressort gibt es drei einzelne ferienhäuschen mit urtümlicher litauischer bauweise alle ferienhäuser verfügen über dusche toilette küche und sat tv und alle haben einen eigenen steg zum see traumhafte stille und ruhe ist hier tagsüber aber auch nachts das ist nichts für party urlauber die sollen lieber an die baltische see nach palanga gehen der hauseigene badestrand ist auch ideal für kinder da er langsam abfallend ist der see hat auch eine hervorragende wasserqualität und den grund sieht man bis zu drei meter tiefe die ferienhäuser werden nur für paare oder ruheliebende leute vermietet hosttiere sind glaubt nur gegen gebühr ich möchte hier keine reklame machen und bekomme auch kein geld dafür doch ich habe schon viele ferienhäuser gesehen und ich bin immer wieder begeistert von der erholung die man hier erfährt auch die freundlichkeit und gastlichkeit der vermieter ist hervorragend die verlinkung der internetadresse steht in der beschreibung unten alles gute ich wünsche euch dann noch einen schönen tag euer markus heine